In diesem Video beschreibe ich, wie ein erfolgreiches Präventionsbündel zur Reduktion von Katheter-assoziierten Infektionen aussehen kann. Ein Präventionsbündel besteht aus drei bis maximal sechs Komponenten, die allesamt einen hohen Evidenzgrad aufweisen müssen und von internationalen Leitlinien empfohlen werden. Dabei ist zu beachten, dass jede einzelne Maßnahme erfolgreich durchgeführt werden muss, damit das Präventionsbündel an sich als erfolgreich betrachtet werden kann. Es gilt das Alles-oder-Nichts-Prinzip. In diesem Video vergleiche ich ein bestehendes erfolgreiches Präventionsbündel mit den neuen Empfehlungen der Kringco zur Prävention von Infektionen, die von Gefäßkathetern ausgehen. Die Händedesinfektion ist die erste und die wichtigste Maßnahme zugleich. Sie bildet damit das Fundament unseres Präventionsbündels. Die Hautantiseptik ist die zweite Maßnahme. Sie sollte aus einem Desinfektionsmittel bestehend aus der Kombination Alkohol mit einem Remanenzwirkstoff bestehen. Für den Wirkstoff Chlorhexidin hat die Kringco eine 1b-Empfehlung und für den Wirkstoff Octinidin eine Kategorie 2-Empfehlung ausgesprochen. Grundsätzlich erscheint es mir vor allem aber wichtig, eine Hautantiseptik bestehend aus der Kombination mit Alkohol und einem Remanenzwirkstoff durchzuführen. Die Hautantiseptik bildet somit die erste Säule unseres Präventionsbündels. Die Vermeidung der Vena femoralis als Anlageort ist eine häufig genannte Komponente in bestehenden Präventionsbündeln. Aufgrund der Studienlage und nur aufgrund der neuen Studienlage kann diese Komponente jedoch nicht mehr Teil eines aktuellen Präventionsbündels sein. Das heißt im Umkehrschluss jedoch nicht, dass die Vena femoralis als Anlageort zu empfehlen ist. Nach wie vor haben Vena jugularis und Vena subclavia für zentrale Venenkatheter einen klaren Vorteil. Nur aufgrund der Studienlage nehme ich also jetzt die Vena femoralis und hefte sie an die Seite. Die nächste Komponente ist bekannt und akzeptiert. Dabei handelt es sich um die maximalen Barrieremaßnahmen. Die maximalen Barrieremaßnahmen bestehen aus einem sterilen, langärmlichen Schutzkittel mit Bündchen, sterilen Handschuhen, einem Mund-Nasenschutz, einer Kopfhaube und einem sterilen Lochtuch. Dieses sollte gemäß der Empfehlung von 2002 ausreichend groß sein. In der neuen Empfehlung äußert sich die Kringko konkreter und ich finde auch schöner und sagt, dass das Lochtuch den Aktionsradius des Führungsdrahtes komplett bedecken soll. Damit haben wir die dritte Komponente von unserem Präventionsbündel. Die vierte Komponente ist neu. Es handelt sich dabei um CRG-Folienverbände. Die Kringko sagt, dass es eine Empfehlung für CRX freisetzende Verbände bei besonders vulnerablen Patienten und bei anhaltend hohen Infektionsraten gibt. Diese Empfehlung wird von der Kringko mit einer Kategorie 1a beschrieben. Das heißt, wir haben einen sehr hohen Evidenzgrad. Und aufgrund dieses hohen Evidenzgrades nehme ich die CRG-Folienverbände als vierte Komponente in das Präventionsbündel mit auf. Die fünfte und damit abschließende Komponente ist die tägliche Evaluation. Die tägliche Überprüfung der Einstichstelle und die Überprüfung der Indikation, ob der zentrale Venenkatheter noch benötigt wird, bilden damit den Abschluss für ein erfolgreiches Präventionsbündel. Wenn es aber nun trotz konsequenten Handelns und guter Schulungen weiterhin zu Infektionen kommt, haben Sie die Möglichkeit, zwei weitere optionale Maßnahmen zu ergreifen. Die Kringko empfiehlt dazu zwei optionale Zusatzmaßnahmen. Die erste Maßnahme sind imprägnierte zentrale Venenkatheter. Imprägnierte Venenkatheter können antiseptisch oder antibiotisch beschichtet sein. Die zweite Zusatzmaßnahme sind antiseptische Ganzkörperwaschungen bei Intensivpatienten. Damit stehen Ihnen nun fünf Komponenten eines erfolgreichen Präventionsbündels und zwei Zusatzmaßnahmen zur Verfügung. Wenn Ihnen dieses Video für Ihre alltägliche Arbeit geholfen hat, dann empfehle ich Ihnen auch das Video, in dem es um die Prävention von Kontaminationen an Katheterhubs und Zuspritzstellen geht. Viel Erfolg bei der Bekämpfung katheterassoziierter Blutstrominfektionen. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.